Hallo, wie geht's? Ich mache gerne Sport. Und du? Machst du auch gerne Sport? Ich esse gerne Pizza. Und meine Familie und ich, wir kochen gerne zusammen. Mein Vater macht oft Witze. Er ist sehr lustig. Und ich gehe gerne Eis essen. Was machst du gerne? Ich kann gut Fußball spielen. Und ich kann gut Schach spielen. Und ich kann auch gut kochen. Und du? Was kannst du? Was kannst du gut? Was kannst du nicht so gut? Jetzt sei es mir. Tschüss.